Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spawn. Ich habe, wie angekündigt, offline mal ganz ein bisschen weiter gemacht. Das waren vielleicht 10 Minuten oder so. Aber ich habe halt effizient gemacht, weil ich nicht so viel gelabert habe. Einmal den Planetenkünstler. Ja gut, das war eine Viertelstunde, 20 Minuten. So, und zwar werden wir nur ein Ding hier noch einsetzen. Ich habe ein bisschen gehandelt, also ich habe ein bisschen was von Kolonien abgeholt. Ich habe allerdings keinen Auftrag, wo das erfüllt. Also das hier mache ich gleich, weil das, verdammt, habe ich da nicht noch was? Wolkenanhäufer. Na komm schon. Nein, 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 nein. Also wir müssen das Ganze jetzt irgendwie kühl halten. Wie wäre es, wenn wir mal dafür ein paar Tiere und so? Große Pflanze. Atmosphäre muss ja gehalten werden. So, ähm, wir brauchen eine mittlere Pflanze. Wir brauchen eine mittlere, sage ich. Äh, wir haben keine mittlere Pflanze, oder was? Ja, wahrscheinlich wird deswegen jetzt wieder der ganze Planet entvölkert. Ähm, wir bauen hier auf alle Fälle mal, bevor die Atmosphäre wieder kacke ist. Äh, Terrascore zu niedrig. Ja, ähm, ich habe wieder ein bisschen Geld mehr und, ja, wir probieren jetzt einfach mal. Moment, was fehlte da für mittlere Pflanzen? War hier nicht irgendwo ein Tee? Äh, oh, ein Unbeanspruchter mit irgendwas Gelbem. Ah, ja, okay. Die Gewürze sind mir relativ, erst mal, oh, da ist mal, wieder was. Ja, komm. Ja, komm, lass mich. So, wir brauchen aber einen Planeten mit mittleren Pflanzen. Wie wär's mal mit da? Da dürfte doch, oder ist es ein T0? T0. Wir brauchen einen mit ganz viel T-Werten. Freiste Ohr, der war doch definitiv nicht mehr 0, ne? Ui, 10 blaue. Und da ist sogar was Gelbes, das ist wahrscheinlich hier so ein Terraforming-Ding. So. Terraforming. Da, ja. So, dann brauchen wir hier einen Scannen. Äh, Scannen. Da. Na, komm schon. Hier müssen noch irgendwo mittlere Pflanzen sein. Was sind denn die mittleren hier? Ach, das sind die. Perfekt. Mittlere Pflanze. Dann nehmen wir davon gleich das hier mit. Na, okay. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Oh, tot. Ja, ja. Muss ich sanft drunter beamen. Herzlichen Dank. So, pass mal auf. So, pass mal auf. Was? Feindliche U-Boot. Äh, U-Boote. Ja, genau. Ufos. So, dann müssen wir da hin. Ähm. Ja. Ach, du Scheiße. Dann müssen wir ans andere Ende der Galaxis. Äh. Tatsächlich, ja. Ähm. Wie komme ich jetzt da rüber? Ah. Hier. Hier. Ja. So. Äh. Aus. Oh, das sieht aber böse aus. Feindliche Schiffe. Hm. Was haben wir hier überhaupt? Das ist ein Kälteplanet, ne? Ach, das ist hier... ...der tolle Planet... ...bei dem wir letztens erst so... Sind es die Grog? Nein, es sind Piraten. Ähm, Mann. So. Erstmal die Piraten. Äh, der hinter mir. Yeah. Ist da noch wer? Einer fliegt noch. Ja, haben wir gern gemacht. Ja. Ähm. Ja, einsammeln können wir dann trotzdem, ne? Blöpp. Ich mein Geld ist Geld. Ach, hier ist es sogar mal geblieben. Ja, komm, dann wird auf diesem freundlichen Planeten. Yeah. 250 Formen und Farben. Ja, ja, klar. Terramere. Wie auch immer. Ja, wir sind vorangekommen. Ähm, endlich sind wir vorangekommen. Na, komm. So. Plopp. So, on weg. Gut, zehn Stück. Das war jetzt auch nicht die Welt. Ähm. Na, komm. Jetzt müssen wir nur wieder zurückfinden. Finden. Na, ja, das schaffen wir. Wir müssen nur auch zurückfinden. Zu dem schönen, warmen Planeten. Na, komm. Da hab ich alles so schön mit dem Kühlschrankstrahl behandelt. Ach so, braucht ihr vielleicht was von den Gewürzen, die wir hier haben? Wär formidabel, wenn man die hier... Nein. Aber aufladen könnt ihr uns. Haben wir zwar nicht ganz so nötig, aber... Warum nicht, wenn man es kann? So, Planet Bart. Da, oh, gelb, gelb, gelb. Ist wieder ein neues Terraforming-Werkzeug wahrscheinlich. Ich mein, ich sammel die jetzt um des Sammels willen, ne? Yeah. Klack. Und wieder... Etwas mehr. Jetzt haben wir sogar Orange. So. Von hier können wir weg. Und jetzt haben wir schon richtig viel geschafft, ne? So, was ist hier? Dame ist mal hoch. War das dieser Planet hier? Oh, ja. Der ist auch schon so gut wie wieder Eisplanet... Äh, Dingensplanet, ne? Oh, ja. Ähm, mittlere Pflanze, wo haben wir die? Nein. Mittlere Pflanze, wo haben wir die? Hoch. Gut, den T-Score des Planeten habe ich stabilisiert. Jetzt erst mal Tier. Pflanzenfresser. Und Pflanzenfresser. Hm, und Fleischfresser. Sehr gut. Und jetzt, äh... Den Kühlschrankstrahl auf hier. Das verbraucht hier diese blaue Energie. Äußerst praktisch. Und wir haben auch den Wolkenhäufer. Genau in die richtige Richtung. So, dann brauchen wir jetzt... Wahrscheinlich wieder eine mittlere Pflanze. Ich meine, ja, natürlich brauchen wir wieder eine mittlere. Ne, Moment. Äh. Verdammt. Äh, das war jetzt doof. Naja. Ähm. Und eine große. Pflanze. Und jetzt brauchen wir noch eine mittlere Pflanze. Und die sollten wir uns schnell holen. So. Ach, Quatsch. Nicht von da. Ihr habt ja sicher nichts dagegen, wenn wir euch hier schnell eine Pflanze klauen, oder? Oh, es ist was gelbes. Wie mag uns das Schnabeltiere? Ach, die lieben uns. Denen ist das egal, wenn wir denen einmal kurz was nehmen. Vergesst es. Toll. Wofür sind wir überhaupt hier? Apropos. Wir könnten hier trotzdem mal anfragen. Ähm. Hier haben wir bestimmt, äh, wetten wir haben dieselbe mittlere Pflanze wie, wie auf den anderen. Das wäre natürlich ideal. Nicht. Ähm. Was haben wir denn hier an mittleren Pflanzen? Ah, okay. Ähm. Na komm. So, drei mittlere Pflanzen davon. Moment. Vixus. Ach, Moment. Scannen. Scannen wäre ganz nützlich. Vixus Pflanze. Die Brasks. Moment, Brasks war die hier, ne? Ja. Ich brauche aber eine andere mittlere. Die. Lefende. Wo könnte die sein? Oder übersehe ich die einfach nur im großen Stil? Ist es das hier? Das sieht schwer danach aus. Äh, äh, ja. Delefende Pflanze. Dann holen wir uns die doch. Eins, zwei, drei. Und auf geht's. Oh, fünf fremde Welten. Mal wieder. Ähm. Da lang. Und da wären wir schon wieder. Genau. Der Planet Witt liegt mir sehr am Herzen. Schon allein, weil mein Mathe-Prof so heißt. Ist es wirklich wahr? Der heißt Witt. Ähm. So, wie sieht's hier mit dem Terra-Score aus? Yeah. Stabilisiert. Dann werden wir diesen Pflanzenfresser hier schön hinlegen. Ähm. Was haben wir denn noch für Pflanzen? Und da, Eichen. Achso, du bist schon längst da. Nein, bist du nicht. Hä? Eichen. So, jetzt aber. Und wo haben wir denn Bösewichter? Sagt bloß, wir haben jetzt keinen... Äh... Na ja. Erstmal die... Ja, wir werden jetzt erstmal kurz bauen gehen. Wo ist denn hier... Hallo? 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 Muss doch hier irgendwo sein? Kolonie? Ah. Da war sie doch. Ich stepp fast drüber geflogen. So. Was machen wir?